Gute Zeiten, schlechte Zeiten ist immer für eine Überraschung gut. Während einige Schauspieler den Kollekiez verließen, feiern andere Darsteller wie z.B. Tanja Seefeld und Patricia Bachmann ihr großes Comeback in der Serie. Folgt schon bald das nächste? Anne Menden und ihre Ex-GZSZ-Kollegin Susan Cideropoulos starteten auf Instagram einen Livestream und beantworteten Fanfragen. Viele Fans wollten von Susan wissen, ob sie sich vorstellen könne, wieder zu GZSZ zurückzukehren und Susans Antwort auf diese Frage überrascht. Also ehrlich gesagt, ich bin ja grundsätzlich eh ein Typ, der niemals nie sagt. Wenn man eine coole Geschichte erfinden würde, würde ich auch darüber definitiv nachdenken. Ein Comeback würde sich jedoch durchaus schwierig gestalten. Denn wir erinnern uns, Verena starb vor rund neun Jahren einen dramatischen Serientod. Doch GZSZ wäre nicht GZSZ, wenn die Serie nicht ab und zu für unglaubliche Überraschungen sorgen würde. Wir und alle anderen Verena-Fans geben die Hoffnung deshalb nicht auf.